Oh, Mr. Bletsch. Mr. Bletsch, schönen guten Morgen. Mr. Bletsch ist mit dabei. Mr. Bletsch, den hatten wir schon. Mr. Bletsch. Mr. Bletsch. Mr. Bletsch. Mr. Bletsch. Und auf Punkt haben wir Tamtam, Teiko, Thunder und Sticks. Teiko, Thunder und Sticks haben wir hier. Tamtam ist das oberste. Das ist schon ein bisschen lange da, ja? Konnte kommt ein Tag daraus wäre hier, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, das passt ja. Das passt doch, oder? So. Also. Das Ganze sollte jetzt ein bisschen düsterer werden als der Anfang. So. 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 Und was ich hier dazu näme? wo ist das Snare? Snare. Snare, 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 hier, nie, hier. Genau, das will ich hier auf dem Snare haben und zwar ab hier. Ja, du bist warum? Ja, du bist warum? So, das nehmen wir weg. So. Und entscheiden jetzt kurzum hier, dass das nach vorne verlegt wird. Und zwar hier hin. So, dann geht es drauf, weil hier bin ich frei in der Interpretation. Also, fasse ich mir das so an, dass es auf meine Score passt. Ja. 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 Ja, ja, ja. Vielen Dank. das bleibt dann so bleibt dann so ein kleines problem so all tone und trombone ein takt nach, also hier wichtig dass ich das mal habe all tone key switch und trombone key switch so ja und hier habe ich natürlich keinen gesetz hier vorne nehme an das ist etwa dasselbe wie hier deshalb packe ich mir den mal und haue den hier davor dann versuchen wir mal was passiert so wir sind am ende des zehnten kapitels angelangt und ich will ich hatte schon wieder einen aussetzer glaube ich ne hat es gesponnen bei euch sorry for that wir haben wirklich irgendwie Netzwerkprobleme ich weiß nicht weiß nicht an was es liegt aber ja ich hoffe es hat jetzt aufgehört und ihr hört mich wieder wahrscheinlich mit ein bisschen Verzögerung aber ja Hauptsache ihr seid noch da bei euch wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn, hier im Das war's. So, nee, nicht hier oben, sondern hier unten. Äh, hier. Ja? 1, 2, 3. Ja, wollte ich nicht. Ja, ich weiß, du musst speichern. Ja, ich weiß, du musst speichern. Speichern, genau. Immer wieder speichern, dass es nicht verloren geht. Oh, ja. Nehmen wir das da, ne? So, liebe Leute. Wenn ich hier die Grundmauern mal habe, dann kann ich die Dark Side reinbringen hier. Aber ich will zuerst die Grundmauern haben, ja? So, liebe Leute. So, und hier. Weg. Geist Mücke hier. Spätig doch. Nicht erwischt, wie immer. Und man versucht es trotzdem immer wieder. Und man erwischt sie nie. Hier, jetzt habe ich sie. So. Äh, voilà. Musik. weigh ofyn. Musik. das da mache ich dann das und das geht alles bis zum ende hier bitte das da ging ja auch alles ans ende natürlich noch was das habe ich das eigentlich wieder so klein dass ich es nicht lesen kann so via shortspeak gerade auf volle pulle zu gehen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 war richtig gedacht hat am falschen ort so ist richtig so ist richtig dann die drums sind auch noch ein bisschen armselig dran hier das wollte ich nicht hier oben ich habe auch immer die darunter wir sind mitnehmen raus warum bin ich denn jetzt ich habe es nicht richtig weil weil der raster wieder nicht richtig war ein standardfehler bei dem im stream der raster so 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 jetzt können wir da noch ein bisschen ausschmecken ja so diese beiden hier können wir auch noch nach hinten nehmen die sind zu unterstützen da so 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 um da dieses dieses Dark Side ein bisschen mehr rauszuheben komm schon so, jetzt erstmal sind wir hier viel, viel zu viel so, und dann muss ich hier noch noch setzen, wie ich es gespielt haben will dann muss ich hier setzen dann setze ich extra vorne dass er ihn auch erkennt dann setze ich genau und der sollte eigentlich wiederholbar sein, weil das immer gleich bleibt und dann haben wir hier schon eine Farbe drin, die wir im Original nicht drin haben ja so und so sollte, ich sag das sollte und kopiere das einfach schon mal nach hinten ich bin da sehr zuversichtlich und so und so und glaube ich wo war es so kann ich hier auf die Switch nämlich umswitchen ich habe ja, habe ich hier, ja habe gesetzt und hier kann ich ein bisschen vor, danke für den, kurz speichern manchmal merke ich es bevor die Zeit rum ist, aber oft auch nicht und ich habe so das Gefühl mit dem Speichern lebe ich ein bisschen den Arbeitsspeicher und das könnte sein, weshalb mir die Kiste die ganze Zeit abgefragt ist vorher ja, ich denke mal es ist der da ja, ich denke mal es ist der da